Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. In der letzten Folge haben wir Belgmine wieder getroffen und die beiden wundervollen Freunde von Kimahui haben einen Kampf der Bestienbewerke geschehen und haben einmal erfolgreich Belgmine besiegt und dadurch die Bestia... äh die Medium-Szene war das glaube ich eilig. Wodurch wir erfolgreich jetzt den Bestias, er würde sie so beibringen können, wie einfach mal schnell Valfarys Feurer, aber dafür brauchen wir ein paar besondere Items, die wir noch leider nicht zur Verfügung haben. Oh naja, zwei oder später kommen wir da schon an. Wups, ich wollte dich noch nicht verteidigen lassen. Ich bin gespannt, dass Arwen seine Exzase-Typ bekommt, weil der bekommt den gleichen wie Tidos. Einmal auf die Fresse hauen und Dart gibt ein bisschen was an Dingens hier. Exzase-Typ, äh Exzase-Leiste. Aber gut. Sehr schön, wir könnten eigentlich jetzt bald schon mal wieder leveln. Das mache ich aber am Ende der Route. Oh, ein Set-Abwehrsfeuer, also ein Zauber-Abwehrsfeuer, können wir mal schauen. B, oh wohl, komm. Beta, Lulu, die könnte da was gut raus tun. Ja, das war ne Schnisch ohne. Wieder den Panzer wegmachen. Einmal den Podding weg. Ich finde es genial, dass die Fischer-Podding heißen. Ich hätte jetzt eher echt erwartet, dass die Fischer-Schleim heißen. Waka kann verteidigen. Dann einmal Krimaui kann verteidigen. Und so guter Letzt, Tidos, der gern das Spiel. Na, der hat auch die Fresse. Supi. Das war super. Oh, da haben wir schon welche vier Level. Also wir werden auf jeden Fall so richtig dick leveln können. Natürlich musst du jetzt nochmal in den Kampf kommen. Was ist vielleicht nicht eigentlich eine Ape? Verteidigen, verteidigen. Ich verteidige jetzt nochmal mit dem. Ich schicke Yuna rein, weil ich möchte jetzt einmal richtig sehen, wie fett das auslasten kann mit der Extaseleiste. Das war schon nicht ohne. Oh, das wird eine super Farming-Level-Tour. Und wir sind im neuen Gebiet angekommen. Dem Illuminum. Wahnsinn. Ach, Mann, no. Gute Idee. Ähm... Keine gute Idee. Oh, das ist ein schöner Fluss. So, von der Breite her könnte das ja fast einmal mit Wunsch sein. Was zum Henker ist ein Schnu? Oder ein Schuhpuff. Wenn das der Name von dem Schiff ist. Das ist der beschissenste Name, den ich je gehört habe. Oh. What the? Whoa! Oh! 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 Ah ja, die gute Yuna. Ich weiß nicht, aber ich finde, das passt aber auch zu ihr. Was? Ich glaube, dass er sich so anschaut, da ist so ein Riss, was er hat. Oh Gott, schankt. Hey, ich habe nicht gesagt, das war nur... Es ist nicht gut, wir müssen einen anderen Weg finden. Wir finden einen Fjord, wo wir auf dem Fuß gehen können. Ja, Kapitän, Herr. Aber das dauert Tage. Ja, das ist klar, dann sucht ihr euch mal einen super Umweg. Ja, das ist echt ein cooles Motto, muss man ja mal sagen. Okay, wir speichern das einmal hier. Und dann wird das einmal Zeit für eine lustige untere Levelrunde. Einmal bis hier. Einmal mehr Magie für Yuna. Und mehr Geschick für Yuna. Und mehr Geschick für Yuna. Nein. So. Lulu. Was kannst du denn hier lernen? Verrat mir das doch mal bitte. Ahnen. Was ist das hier? Oh, Bio. Okay. Und hier oben ist was? Okay, da trifft sich der Weg von Yuna und Lulu. Also alle Charaktere... Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erklärt habe. Aber alle Charaktere haben einen vorgegebenen Weg. Und danach ist das eigentlich auch eine Woche, wo die lang gehen. Aber man sollte eigentlich wirklich zum und zu erst die Wege von den ganzen Leuten hier abgehen. Haben wir hier noch irgendwas? Magie? Na, ne. Moment. Was ist das für... Angerskraft plus 2? Kommt das nie mehr mit? Eingriffskraft können wir immer gebrauchen. Und noch ein bisschen Abwehrkraft. Kimari! Oh, ich wage ihn immer noch nicht eigentlich. Aber naja, ein bisschen mehr HP für ihn. Und er lernt dann auch mal Kraftdrech... Ne, Bodyguard. Bodyguard. Ja, wie gesagt. Kimari ist schon all-round. Aber dem ist es scheißegal, was er lernt. Cool. Walker lernt dann hier nochmal Subvita. Da kann ich gerne mal erklären, was das ist. Subvita ist einfach, ähm... Einfach ein Aussaugen. Also ein Absorbieren. Man klaut dem Gegner einfach seine, ähm... HP. Okay. Okay, du hast noch ein bisschen Abwehrkraft. 3, wow. Oh, das waren echt schon alle? Das ging so schnell. Was für hier? 5.000 Geld. Riding a Shoe Puff isn't that much fun. Ähm... Ja, da hat sie recht. Okay, dann gehen wir nochmal hier mit dem Kübi sprechen. Riding a Shoe Puff? Lauf geht. All aboard! Ah, das geht. Juhu! Juhu! Alles klar. Wir sind jetzt unterwegs Richtung in dem... Richtung Nordufer. Was ist jetzt los? Was ist los? Oh! A Machina City. A thousand years old. They built a city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse. And it all sank to the bottom. Right. It's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Uh, well, it would be convenient with all that water there. Well, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. Hmm? I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? That's right. It decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use then? Remember Operation Meehan? That kind. Oh, okay. War? War? More than a thousand years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful. It was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came. And it destroyed the cities and their Machina. The war ended. And our reward was sin. So sin's our punishment for letting things get out of hand, eh? Man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Outbed screwing everything up. Uh-oh. Uh-oh. Hey, what's his boss? Sit down. Yuna! The Outbed! Oh god. Yuna! We'll save you! It's so cool that he can cry under the water. Ah, that's a better battle. I think. Because that was really just under the water. Okay. Okay. Wir dürfen Yuna nicht verletzen. Als allererstes. Passt. Oh, Tidos hat schon 112 MB. Aquashooter. Okay. Wir waffen uns erstmal ein bisschen durch. Und du kriegst dann auch nochmal. Ich hätte das eigentlich echt gern schon gemacht gehabt. Ich weiß aber nicht, ob auf den gemacht, äh, effektiv ist. Und wir machen dann noch einmal anfeuern. Und dann hauen wir den Schloss raus. Zack. Jetzt kommt wieder Aquashooter, oder? Nö. Der Schloss hoch. Also es wird cool bei diesen Albed-Maschinen. Alle haben ja so ein... Etwas spezielles an sich. Und zwar jedes Mal, wenn der so hoch schwimmt, musst du dann einfach angreifen und... dann sinkt wieder runter. Und dann sinkt wieder runter. Okay. Ich... Weißt du was? Wir machen erstmal hier die neue Ekstase. Gemetzel. Zack. 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 Und... Let's. Also... Das macht eigentlich an allen Gegnern Schaden. Außer... Ist nur einer da? Und das war der Fight. Das war der Boss Fight. Und das war der Fight. Ganz ehrlich, das war der schwächste Boss Fight, den ich je gesehen hab. Wobei, gab's nicht noch einen Schwächer? Fänd ich cool, dass Jun da auch dabei ist. Uh, ein Aquarius Klingel. Und ein Mega Phönix. Und ein Mega Phönix. Ähm... Das für... Was wollten die? Was wollten die? Das glaube ich nicht. Nein. Stimmt. Das stimmt eigentlich. Das stimmt eigentlich. Das stimmt eigentlich. Das stimmt eigentlich. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich glaube so. Ich glaube so. Du bist richtig. Einmal ein ganz schnelles Thema wechseln. Ah. Ah. Juna hat sich gemerkt. Was ist hier los? Okay. Ja, das glaube ich auch. Da ich auch keinen Bock mehr habe, nochmal den Boss Fight zu machen. Einmal hier speichern. Und dann würde ich sagen, wir gehen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Tschüss.